kann ich hier oben lang das kann ja was werden hier ich höre tauben oder eine taube die haben zwar alle scharfschützengewehr aber es bringt mir nicht viel sind hier die tauben drin glaubt schon handbuch ist hier aber nicht schau ich dachte ich finde jetzt mal ein feldbuch ah hier ist eine taube was das sonne dachte ich auch noch was schönes das versuchen wir erst mal den da unten zu killen ich glaube ich gebe erst mal darüber sind da ja noch mal schöne waffen panzer büchse der panzer büchse ist natürlich nicht schlecht eigentlich zwei bein schall gedämpft so ich dachte dass er jetzt über sie ich dachte jetzt schöne scharfschützengewehr mann der bist doch gerade oder aber das stimmt jetzt gleich um wenn ich der schon fertig mit bingel schrei nicht so rum kann ich auch panzer fahren tatsache nein das will ich nicht wir wollen es ruhig machen ruhig und zart panzer mission hat man schon hier ist ja einer den hammer der kommandeur läuft da hinten rum ich glaube ich versuche erst noch den hier auszuschalten guckt ihr meine richtung ne ne was am panzer fahrer ist ein echt gut ausgerüstet kann das sein er wird halt die ganze zeit von einem wachsoldaten begleitet kommt ja noch hier lang blablabla Scheiße, ich seh mich. Puh, das war knapp. Das war richtig knapp. Das Problem ist, wie schalte ich den Wachsoldaten aus? Im Online-Modus kannst du die Messer, aber wir haben ja schon gesehen, das geht hier nicht. Damit geht's, ne? Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das so schlau wäre. So, jetzt haben wir den weggelockt. Der geht da hin. Los, komm, beeil dich. Komm, 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 lauf zu. Äh, was soll ich machen? Achso, hier. Okay. Schicke einen falschen Befehl. Sehr gut. Ist gar nicht so leicht. Aber wir haben es geschafft, den Wachsoldaten einfach abzulenken. Ha. So, jetzt gehen wir hier hoch zu dem Täubchen. Das haben wir ja schon beseitigt, den Gegner. Können wir den ersten Befehl losschicken. Komm her, meine Süße. Oh, hier darf ich jemanden, oder? Ach ne, es war nur das Pferd. Ein einzelner Befehl würde nicht reichen. Gemäß dem osmanischen Protokoll musste er dem Zug in dreifacher Ausfertigung vorliegen, um gültig zu sein. Okay. Jetzt reiben wir mal ein bisschen weiter außen und wir müssen unbedingt aufpassen, auch auf den blöden... Oh. Oh. Oh, ne der sieht uns nicht. Komm. Fährt weiter. Der Artilleriewagen müsste noch ausgestellt werden. Oh. 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 Hier. Hier werden wir Bomben oder Hacken getestet. Okay. Hier muss man aufpassen, wir haben auch Alarm hier. Ja. Mehreren wahrscheinlich. Ich geh jetzt mal zu Fuß weiter, aber ich hab das Gefühl, da sind wir vielleicht doch noch ein bisschen sicherer. Alter. Wir fallen hier einfach um, ich glaub's ja wohl nicht. So, wo sind hier die Gegner? Da ist einer. Da läuft auch einer. Oh. 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 Das war's. Oh. Da ist er. Oh. Oh. Okay. Los, komm. Bleib mal stehen. Ich höre schon die Tauben, das heißt, die sind irgendwo hier oben wahrscheinlich. So, erstmal hier hinlegen. So, wo sind hier noch Gegner? Hier hinten, aber da müssen doch noch mehr sein. Hier sind scheinbar auf jeden Fall die Tauben. So, das Ding deaktiviert. Das ist auch schon mal gut. Ja, hier sind die Tauben. Hier müssen wir auf jeden Fall schon mal hin, wenn wir dem Befehl loswerden wollen. Jetzt müssen wir erstmal mal gucken. Es kann nicht nur so wenig Gegner hier sein. Sehr schön. Hier ist auch noch ein Alarm-Ding, das können wir auch noch ausmachen. Dann können sie schon mal keinen Alarm schlagen. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Oh, da kommt ein Artillerie-Graben. Dann ist noch ein anderer Artillerie-Graben, oder? Oh, da kommt er jetzt gerade erst her. Bleib ja nicht hier stehen und verweilen, Junge. Das Problem ist, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Das kann nicht sein, dass hier schon alle Gegner das gewesen sein sollen, so gut wie. Da muss da auch irgendwo einer sein, oder? Ja, da ist einer. Scheinbar auch nur der eine. Da oben ist noch einer. Siehst du? Wusste, dass hier noch welche sein müssen. Okay. Der fährt jetzt aber wieder woanders hin, oder? Ja. Was ich gerade sagen, ist doch scheiße, wenn der jetzt hier die ganze Zeit im Kreis fährt. So. Okay. Oh, hier. Das ist doch das, was ich suche. 20 Schuss, besetzt nichts. Damit können wir vielleicht die zwei auf jeden Fall eliminieren. Ah, wenn ich den treffe. Äh? Okay. Okay. Okay, die sind natürlich jetzt ein bisschen vorsichtig, aber so findet man vielleicht auch ein bisschen raus, wenn noch alles so am Start ist. Ja, der wird hundertprozentig auch so ein Scheiß-Wachsoldat bei sich haben, oder? So, mal schauen, ob wir den mal irgendwie sehen. Ist der doch alleine? Ja, genau. hier ist man fertig erschreckt mich jetzt mal in den pferden so immer schön ablenken weil ich auf die idee kommt sich um zu drehen und ok schnell zu der tauber sehr gut so wir sitzen große hoffnungen in sarahs fähigkeiten und ich war mir absolut sicher dass sie erfolg haben bis jetzt läuft es eigentlich schon wieder viel zu gut oder jetzt muss man nur noch einmal das genauso hinkriegen dann wäre es doch perfekt wüsste sinai ja erinnert mich schon an einige online stunden hier diese map herrlich schön war so eine single play mission darin zu spielen finde ich geil ist hier jemand wenn wir forschen dass da oben und drauf steht ich glaube die gegner kommen irgendwie spawnen erst wenn man in dem gebiet ist kann das sein hier ist keiner ja sieht nicht so aus jetzt haben wir neues einsatz ziel ok ich versuche mal zu dem turm dazukommen ich hoffe mal hier ist jetzt nicht gleich einer ich schleiche lieber mal ein bisschen sieht aber nicht so aus sonst kann man wenigstens von hier vielleicht erst mal alle markieren oder wenigstens ein paar das sehe ich schon den ersten genau so wachsoldat da ist einer ich glaube das größte noch mal vor uns hier hier muss man den erst mal finden diesen blöden kommandeur ist hier unten einer oder schon aber jetzt sind noch mehr das kann nicht alles gewesen sein aber ich schieße jetzt nicht mit dem scharfschützengewehr weil ich glaube das bringt nichts es kann jetzt nicht nur die drei leute seien es kann mir ja keiner erzählen am liebsten wollte ich einfach gleich zu den kommandeur gehen hier mit einem messer in den hals oder so ram und die taube wegschicken und einfach abhauen das wäre so das geilste von allem aber das ist glaube ich nicht so leicht wie ich mir das jetzt so gedacht habe flammenwerfer typ sind da hinten da hinten sind glaube ich die tauben hier so der kommandeur ist hier noch so ein flammenwerfer typ jetzt wird es uncool ok jetzt musste ich das einfach machen das war jetzt anders nicht machbar aber der kommandeur ist auch aufmerksam geworden das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht so